Meine Schreibprojekte haben nicht von Anfang an einen roten Faden. Da ich in vielen einzelnen Schritten an meinen Projekten arbeite, gibt es Notizen, Überlegungen, Exzerpte und viele weitere Teile, die anfangs noch nicht direkt zusammenhängen. Im wissenschaftlichen Schreibprozess ist zu diesem Zeitpunkt schon viel passiert. Ich habe erste Ideen gesammelt, mich in Literatur eingearbeitet, eingelesen, vielleicht habe ich sogar schon mit anderen über mein Projekt gesprochen oder ein Konzept geschrieben. Wie kann ich nun meine Themen, Inhalte und Gedanken ordnen und strukturieren? Es ist möglich, die Struktur eines Textes aus den Themen, aus den Inhalten selbst entstehen zu lassen. Viele Schreibende sind sehr gut darin, Inhaltsverzeichnisse zu entwickeln und Themen und Inhalte präzise und strukturiert zu präsentieren. Ich kann das zu Beginn meist nicht, vor allem wenn ich mir ein größeres Projekt vornehme, wenn ich mein Ziel noch nicht so klar vor Augen habe oder wenn ich weiß, dass sich mein Thema noch während des Schreibens entwickeln wird. In diesen Situationen möchte ich mich an etwas festhalten können. Eine wirksame Voraborganisation für den Text ist ein Inhaltsverzeichnis oder eine Gliederung mit übergeordneten und untergeordneten Themen. Manche Hochschulen, einzelne Institutionen oder bestimmte Fachrichtungen haben sehr spezifische Anforderungen an die Struktur und den Aufbau eines Textes. Habe ich solche Vorgaben nicht, orientiere ich mich an einem sehr allgemeinen Aufbau, wie ihn zum Beispiel auch Otto Kruse nennt. Einleitung, Theorieteil, Vorgehen, Ergebnisse und Conclusio. Ausgehend von diesem sehr einfachen Inhaltsverzeichnis entwerfe ich meinen Text und strukturiere die Inhalte. Dazu nutze ich die Technik der Rote Faden von Ulrike Scheuermann. Ausgehend von diesem sehr groben Aufbau beschreibe ich jeden Abschnitt mit etwa drei Sätzen. Diese Beschreibungen sind die zentralen Aussagen, die Kerninhalte der Abschnitte, die ich dann später ausformulieren werde. Ich versuche dabei immer nicht nur Stichworte, sondern vollständige Sätze zu schreiben. Das bringt mich dazu, präzise zu sein und meine Gedanken auszuformulieren. Ich schreibe also alles auf, was ich inhaltlich in diesen Abschnitt hineinpacken möchte. Dabei muss ich nicht unbedingt linear vorgehen, sondern hüpfe durchaus zwischen den Abschnitten hin und her. Manchmal fehlen mir dazu noch Informationen, Inhalte oder Ergebnisse. Dann formuliere ich Vermutungen zu diesen Abschnitten. Habe ich zu jedem Abschnitt drei Sätze, also eine inhaltliche Vorschau, formuliert, ergibt sich daraus meist eine Strukturierung. Ich erkenne, welche Abschnitte zueinander passen und wo noch Teile fehlen. Vor allem beim Theorieteil entstehen dann einige Kapitel, Unterkapitel und weitere Gliederungsebenen. Auch für diese Kapitel und Unterkapitel erstelle ich je drei Sätze, die eine Kurzfassung des Inhalts darstellen. Mit dieser Vorschau auf die Inhalte der einzelnen Abschnitte ist auch eine Gesamtübersicht über den Text möglich. Ich kann das Geschriebene durchsehen und prüfen, ob die einzelnen Abschnitte zusammenpassen, ob sie also einen roten Faden ergeben. Wann immer ich einen neuen Abschnitt, ein Unter- oder ein Überkapitel beginne, versuche ich vorab, die Technik mit dem roten Faden anzuwenden. Somit ist diese Technik für mich auch der Einstieg in das Verfassen des Rohtexts. Durch das Entwickeln der Struktur und die Beschreibung der einzelnen Abschnitte entstehen lauter kleine Texte, die ich überarbeiten, weiterentwickeln und ausbauen kann. Und wenn ich dann an den Abschnitten arbeite, habe ich meinen roten Faden immer im Blick. Dies bietet mir Orientierung, gibt mir eine Übersicht und zeigt mir die Richtung auf, in die ich meine Recherche, mein Literaturstudium und mein Schreiben lenke. Habe ich einen Abschnitt fertiggestellt, komme ich wieder zu meinem roten Faden zurück. Ich lese meinen Abschnitt durch, vergleiche ihn mit dem, was ich zuvor formuliert habe und prüfe. Ist mein Kapitel stimmig? Habe ich mein Textziel erreicht? Habe ich das geschrieben, was ich mir vorgenommen habe? Wenn nein, ist mein aktuelles Kapitel passender für meinen Gesamttext? Fehlt etwas? Meist muss ich in einem solchen Fall nur eine Überleitung ergänzen. Wenn mein Text mit der vorab verfassten Vorschau übereinstimmt, dann habe ich besonderes Glück. Dann habe ich nämlich schon einen Baustein für meine Conclusio geschrieben. Meine Schreibprojekte haben nicht von Anfang an einen roten Faden, damit die Einleitung und die Conclusio und alle Teile dazwischen auch gut zusammenpassen, ist es nötig, die gedanklichen und sachlich-logischen Verbindungen auch sprachlich zu realisieren. Die Technik mit dem roten Faden hilft mir dabei, alle Teile meines Textpuzzles zusammenzusetzen. Die Frage ist, wie kommen Sie zu einer Struktur, zum Aufbau für Ihren Text? Wie kommen Sie zu einem roten Faden? Hier sehen Sie noch einmal die Literaturangaben dieser Episode. In der nächsten Episode erfahren Sie von Schreibberaterin Theresa Bayer, wie Sie mit einem Fokusprint im Schreibprozess mehr Klarheit erlangen. und ich freue mich zu Ihnen. If there manteilen Fadenz mehr deswegen, wie viele SUMF-Per